Bitte stellt euch so auf, dass ihr gleich starten könnt und ich sage, top, die Wette gilt und jetzt die Zeit. Ja, das sieht so aus, als sei gestern einer mit dem Wagen hier aufs Glatteis gekommen. Da muss jeder Handgriff sitzen und worauf wir besonderen Wert gelegt haben, es darf keine Maschine benutzt werden. Hier werden die Schrauben also noch von Hand eingedreht. Die erste Minute ist gleich um. Dick, jetzt noch drei Minuten. Das ist das neue Auto-Puzzle-Spiel. Aua. Noch 2,30. Immerhin kommt jetzt schon der Motor. Da müssen alle Mann ran. Was? Ja. Das ist eigentlich eine Möglichkeit, wenn es in Zukunft keinen Parkplatz gibt, baut man mal kurz das Auto aus. Was? Hilf! So, jetzt wirft aus dem Jeep mal Willi. Noch eine Minute und 35 Sekunden. Batterie kommt rein. Kühlung, Ersatzreifen. Hier liegt noch was rum. So stelle ich mir das immer vor auf der berühmten Rallye Paris-Dakar. Das braucht er nicht mehr, ne? Noch eine Minute und 5 Sekunden. Noch 55 Sekunden. Hopp, 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 hopp. Jetzt drückt ihm bloß die Daumen, dass er den Wagen anstreckt. Noch 36. Fahr hier durch. Hier. Hier. Hier durch, dich. Die Welt. Dig. Hier durch. Hier durch, dich. Digg. Ach! Ah! 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 Oh! Musik Ah! наб. Ah!